Hallo und herzlich willkommen zurück bei E-Wolf Beta. Wieder die gleiche Konstellation, nur diesmal bin ich das Monster. Er fragt sich wie ein Kleinkind. Okay, das... so hört sich kein Kleinkind an. Da gab es doch irgendwo mal eine Serie oder einen Film, wo das Baby so eine tiefe Stimme hatte. Ich kenne nur Horrorfilme, wo Baby so eine tiefe Stimme haben. Ja, oder irgendein Sitcom, war das auch mal? Ich weiß es nicht mehr genau. Das kenne voll die tiefe Stimme. Das weiß ich nicht. Der Damm. Oh, der Damm. Langsam Damm. Ich hab's auf Englisch. Ja, ich weiß. Langsam Damm. Und die Map haben wir in der Alpfassung gespielt, oder? Ja. Das erste Mal, glaub ich, mit nem Kragen. Richtig. Oh, der Kragen, der war ja so OP. Ja. Haben wir gestern auch wieder rausfinden dürfen. Ja. Der hat uns ziemlich fertig gemacht. Mit der Runde nicht gewonnen. So, Goliath. Nein. Nee, gegen den Kragen haben wir nicht gewonnen, ganz klar. Aber ich glaub, da war irgendwas anderes, was wir nicht gewonnen hatten. Wir hatten den schon richtig da oder so. Oder war irgendwas, ich glaub ja. Ja, Mitox war der letzte und ist dann leider draufgegangen. Wir hätten nur noch, glaub, 10 Sekunden, wenn wir sie aufhalten müssen. Ah, den kann ich ja noch gar nicht. Nicht unglücklich. Er ist nicht, soll ich Bucket oder Hang spielen? Doch, Gott, überlegt, ob ich mehr die Angriffen spielen soll. Ich muss, ich wollte vorbestellen, um den dritten Tanzen zu bekommen, verdammt. Mh. Werde noch vorbestellen, auf jeden Fall. Ich denk's, ich würde es auch machen. Ich vermute, dass ich es auch machen werde, glaub ich. Vor allem, du kriegst da noch Skins dazu und hast sie nicht gesehen? Ja. Aber schnell wäre das aber nicht in der Beta. Und Left 4 Dead. Ja. Das ist fast genauso wie von GTA 5, dass die San Andreas zu tun. Der hat das noch nicht. Ja. Was kann Bucket anders? Bucket hat noch diese komischen Türme, ne? Und er kann seinen Kopf abnehmen und rumfliegen lassen. Okay. Er hat seinen Schuss. So, auf der Map kenne ich mich wenigstens aus. Pass auf. Ja. Vielleicht ist es auch so, weil er hat man nicht schade. Er will sonst einfach seinen Kopf aufnehmen. Ja. Fängt diesmal gar nicht. Okay, das war ne kurze Konventation. Wir haben sie irgendwie... Sie haben nichts gesagt. Sie haben es zwei Sätze zu können sagen. Das Wissen ist wieder ein hartes Mal. Wie war das? Wir haben das vorher ohne Fallschwimmen. Ohne Chattricks. Ohne Chattricks, genau. Ah, der Schleicher. Ich glaube, ich spinne. Musst du aufpassen. Wir müssen gut die genaue schauen, weil der Schleicher ist ja. Oh, scheiße. Ernsthaft. Wow. Hey Leute, ich kann euch sehen. Das Monster ist in der Nähe, das wisst ihr schon, gellst du? Ja, wisst ihr. Komm schon, da abschießt. Nein, zu spät. Super, fängt gut an der Trapper. Was? You want to surrender? Was ist das? Schwein. Woah. Und Zink ist, äh, awake. Was? Ja, eigentlich gerade. Okay, die Runde geht auch los. Wegen. Technischen Defiziten. Und du meid. Weil ich hab da so ein bisschen... Grundtätig zu entgegen. Äh, interessant. Ach, wir werden auf dem Bot gesteuert, bis wir da kommen. Okay, lass uns verletzen. Ne, wir haben keine Chance. Ja, ist gut. Dann lasst ihr mit euch besonders viel Zeit. Wie war denn, hab ich jetzt in die Karte? Wie war das? Äh, mein ich ja. Das ist das gleiche. Habt ihr drin? Alter, wo ist denn der hin? Was ist eigentlich das noch? Ja, aber eigentlich... Achso. Von diesen Sounddingern auch. Ja, das hat ja gereicht. Ja, haben wir das. Was? Wir wissen schon mal, dass wir in der falschen Richtung waren. Scheiße, hab ich grad so ein Ding ausgelöst. Nein, 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 nein. Okay, ich bin weg. Mit der Schmerzen gefährlich, der Leiter. Ja, das ist ein Schmerzen gefährlich. Ach, der ist ein Schmerzen gefährlich. Ach, der ist ein Schmerzen für eins. Aber wenn die hier ein, die da. Ja, das ist ein Schmerzen. Ja, das ist ein Schmerzen. Ach komm, war trostig. Vielen Dank, dass ihr mir Bescheid gesagt habt. Kommt grad ins Abhauen. Ich bringe deine 지금e die. Star Wars Healthy motivierd! Star Wars! Star Wars! Star Wars! Star Wars! Das ist großartig. Macht ruhig noch genug Kraft und weiß nicht genau wie es sein. Und wir wissen noch wo wir kommen. Oh nice. Das ist echt praktisch. Da ist ein bisschen was angehegt. Ja. Ah fuck. Es kann hier auf. Ja. 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 Schade. Oh, der ist tot. Ah, ist ein bisschen zu gut. Kommt wieder zu euch. Was war das? Äh, da hinten ist ein Licht. Das geht's in. Den Pisschen. Den Pisschen. Unfriendly. Oh, ne, das ist ein Faschen. Das geht's in. 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 Sicher. Toll, in den anderen beiden Runden verraten sie sich ohne Ende und ich muss hier kämpft. So, da steht neben mir. Guck, skeptisch. So, da sollen wir mal schreiben, was er tut. Nein! Nein! Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Das hörst du. Ja, ja, ja. Das gehört zu. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das ist ein Panik. Das ist Panik! Kannst du dich davon fersen? Wie gesagt, das wüsste ich! Das ist ein sehr schöner Schuss! Hallo! Hallo! Was auch immer, der das gerade war! Rutschen! 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 Oh oh! Ich muss sie weg! Jetzt ist das nicht so stark! Jetzt ist das nicht so stark! Jetzt! Ah klar! Ja! Das ist gerade rausgeschoben! Ich bin sehr anspannend! Keine Rede! Perfekt! Perfekt für die Aufnahme! Ja ja! Eik! 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 Ah! Ah! Diese scheiß Aasvögel immer Nein, ich habe die Pflanze nicht gesehen. Dankeschön. So. Oh nein. Nein, gleich nicht mehr. Ich habe den Kuss genommen. Ist das anders? Nein. Ja. Na, in der Abtreibung. Nee, kommt nicht so schnell raus. Habt ihr da eingefahren oder es läuft einfach frei rum? Ich bin frei, Baby, ich bin frei. Vogelfrei, wenn ich führe hier. Hast du auch nicht. Du bist nicht der Kray. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Ach. Grausel Spide. Hä? Ach. Ich bin frei. 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 Hey, du. Ich bin frei. Ich bin frei. Geh dir zu. Ganz großartig. Ganz großartig. Ganz großartig. Schön, das weiß alles! Schön, das ist gut. Geht sogar die Brache durch. Statt, doch mal. Statt. Genau, legt euch schön nebeneinander hin. So, wo ist der Letzte? Ja, schießt du nur. Wo ist er denn? War natürlich klar, dass das wieder der Support ist. Support ist tot, ne. Ah, da ist er. Äh, du brennst. Nein. Ja, wir hatten auch einen leicht beschissenen Start. Senkregenau, Frank. Äh, unser Trapper wurde ja aus Versehen gefressen, weil er irgendwo war. Darf ich noch mitmachen? Ja. Ich würde sagen, das war kein faires Match. Ich glaube, dann war es auch klar, dass wir ruhiger sind. Ja. Ja, gut. Und damit sage ich auch wieder Tschüss und auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö. Tschö.